An jenem Tag holte ich dich vom Schlachtfeld, ein halb verhungertes Junges. Ich wusste nicht, was aus dir werden würde. Vater, es bricht mir das Herz, aber ich werde dich töten! Bis zum nächsten Mal. Das war's. Das war's für heute. Das war ein Sohn, was für eine Überraschung war. Das war ein Sohn, was für eine Überraschung war. Das war ein Sohn, was für eine Überraschung war. Das war ein Sohn, was für eine Überraschung war. Das war ein Sohn, was für eine Überraschung war. Das war ein Sohn, was für eine Überraschung war. Er war ein Sohn, was für eine Überraschung war. Das war ein Sohn, was für eine Überraschung war. Das war ein Sohn. Was für ein trächtiges Exemplar aus dir gewonnen! Als Spelot! Wer legt dir die wahre Macht dieses Haltens? Dies sei... Was für ein Trächtiges Exemplar! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 UNTERTITELUNG WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Tja, 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 Tja. Es siegt durch meinen eigenen Sohn. Irgendwie gefällt mir diese Idee. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich.